Siebten Tag, der Rest ist fertiggestellt. Ihr seht, wir sind gerade von der Schule aus wandern. Ich zähle das jetzt einfach mal dazu, weil ich kein Bock habe, heute Mittag nochmal rauszugehen. Janik, was machst du sagen? Ja, also an der Stelle gehen mal Grüße an die scheiß Schildschuhfahrer raus. Und natürlich an die Leute, die Bock hatten nach Bad Lufthansa zu fahren. Ihr seid richtig auf 12 Uhr. Die Sache war, wir werden eigentlich weit mit der Bahn weitergefahren. Nach Bad Lufthansa? Ja, die Bahn ist dann halt einfach da gestanden. Wir sind hingelaufen und die dachte ich so, nee, kein Bock auf den Spaß, dann ist er einfach weggefahren. Und da saßen schon Leute von uns drin und die sind jetzt in Bad Lufthansa. Und wir lassen sich hier über die Gegend. Also, im neuen Dirk. Bald der Nacht. Und ihr habt noch nicht verdammten Spaß. Das ist nur an wie es heißt, dann nachts. Genau. Was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Was würdest du? Ist der Windows-Sporttag hier? Von Vorteil, oder? Ich finde es auf jeden Fall von Vorteil, dass wir das heute wieder nochmal raus müssen. Weil ich gerade jetzt hier zu achte. Ja, das ist natürlich immer praktisch. Ja. Ich finde, eigentlich ist es schon eine coole Sache, dass es drin gibt. Weil dann kommst du dann auch mal ein bisschen raus. Also so, du fauchst nicht den ganzen Tag in der Schule und machst gar nichts. Aber irgendwie auf der anderen Seite ist es so, ja, macht nichts anderes aus als zu laufen. Also, wir sehen jetzt noch ein paar cinemalische Aufnahmen. Bis dahin, ciao.